Fernsehen war gestern. Erleben Sie jetzt Sky HD. Erleben Sie die wahre Faszination des Films. Die unglaublichen Wunder der Natur. Die bunte Welt der Fantasie. Und die echte Leidenschaft des Sports. In brillantem HD. Jeden Tag. Sehen Sie drei Monate die ganze Faszination von Sky. Inklusive zehn HD-Sender. Jetzt um nur 26,90 Euro monatlich. Österreichs Nummer eins für HD-Fernsehen. Sky. Das besondere Sehen. Hallo, ich bin der Martin Pusic und ich freue mich, dass ihr Arena TV schaut. Ja, hallo und recht herzlich willkommen hier zum Cashpoint SC Rheiner-Valtach Arena TV. Die Woche fing ja leider nicht gut an für unsere erste Kampenmannschaft. Das Cup-Achtel-Finalspiel gegen die Vienna ging 1 zu 2 verloren. Dennoch haben wir hier in Arena TV erneut eine spannende Sendung zusammengestellt. Wir berichten unter anderem über die Skikartenaktion in der Cashpoint Arena. Dann war Alexander Guem beim Ländle Talk von Ländle TV zu Gast. Und gleich zu Beginn stellen wir euch eine spannende Aktion zur GRAS Green Card vor. Wolltest du schon immer einmal mit echten Fußballprofis trainieren? Sie geben dir Tipps zur Verbesserung deiner Technik, zeigen dir ihre speziellen Tricks und beantworten all deine Fragen. Mit der GRAS Green Card kannst du ein exklusives Training mit Spielern des Cashpoint SC Rheiner-Valtach gewinnen. Das Training findet am Samstag, den 20. November, in der Cashpoint Arena in Alltag statt. Melde dich unter www.ichundgras.at.at. Und mit etwas Glück bist du einer von 10 Gewinnern. Anmeldeschluss ist der Donnerstag, der 18. November, 12 Uhr. Die 10 Gewinner werden per E-Mail verständigt und erhalten genaue Informationen zum Training. Eine Trainingseinheit mit dem Cashpoint SC Rheiner-Valtach, wirklich eine spannende Sache für jeden Fußballfan. Einer, der dort fehlen wird, ist unser verletzter Kapitän Alexander Guem. Er erlitt bekanntlich vor einiger Zeit einen Kreuzbandriss. Beim Ländle Talk im Festspielhaus im Regens war unser Kapitän vor kurzem zu Gast. Die Ausschnitte davon sehen Sie jetzt. Für dich persönlich, du bist bisher in deiner Karriere von schweren Verletzungen verschont geblieben. Eigentlich die erste schwere Verletzung jetzt der Kreuzbandriss. Wie geht man damit um als Sportler? Sehr schwer. Ich hole mir vorhin immer Eindrücke von anderen Spielern, die das schon gesehen haben und Informationen. Aber das ist keine leichte Zeit. Das will ich keinem wünschen. Da braucht man einfach auch viele Leute, die hinter dir stehen, wie meine Familie, meine Frau und mein Sohn. Aber auch mit dem Therapeuten kann ich auch machen, bei dem, wo ich bin. Weil die sind einfach ganz wichtige Leute. Die schauen am Wochenende auf mich, an sich zu sehen, wo es nicht selbstverständlich ist. Da möchte ich mich auch einmal recht herzlich bedanken. Generell als Fußballer hat man ja immer so einen gewissen Zeitplan. Am Samstagspiel oder am Freitag in der ersten Liga. Das wird jetzt komplett über den Haufen geworfen. Ist das auch eine kleine Umstellung im Leben? Ja, sicherlich. Sonst hat man eigentlich immer einen Plan und weiß genau, wenn man frei hat. Und jetzt in der Therapie gibt es eigentlich keinen freien Tag. Also ich bin täglich in Therapie, Samstag, Sonntag auch. Und ja, das ist eine kleine Umstellung. Ist auch eine Umstellung für meine Frau, weil ich da jetzt noch weniger eigentlich daheim bin. Weil man einfach noch mehr tun muss, dass man wieder fit wird. Aber ich denke, dass ich auch die Zeit überstehe. Du warst ja dreimal Fußballer dieses Jahres in Vorarlberg. Dieses Jahr leider die Verletzung dazwischen gekommen. Wie blickst du in die Zukunft? Ja, also ich bin ein Typ, der eigentlich immer positiv in die Zukunft blickt. Ich denke mir auch, dass jetzt die Verletzung mich nicht zurückwerfen wird. Weil ich weiß, was sie von mir verlangen und was sie auch drauf haben. Und das gibt mir auch einen Spannenden, dass ich auch den Leuten sage, die vielleicht nicht mehr mit mir rechnen, dass sie auf mich bauen können. Und dass ich schnellstmöglich wieder zurückkomme. Ab kommendem Dienstag ist dann das Interview mit unserem Kapitän Alexander Gurem in voller Länge auf lende.tv zu sehen. Reinschauen lohnt sich auf alle Fälle. Vorbeischauen in der Cashpoint Arena lohnt sich auch in der kommenden Woche. Dann steht das Topspiel gegen die Admira auf dem Programm. Für alle Skifans gibt es ebenfalls einen Leckerwissen. Früher an den Winter denken. Jetzt die Saisonkarte Montafone zum neuen Ländle-Tarif holen und sparen. Diese Möglichkeit haben sie am 19. November beim Heimspiel unseres Cashpoint-Esteran der Falltach gegen die Admira. Direkt in der Cashpoint Arena haben sie die Möglichkeit, sich die vergünstigte Saisonkarte für das Montafone zu sichern. Genießen Sie Winterspaß auf insgesamt 243 Pistenkilometern. Spenglerei Mathis Spenglerei Mathis, ihr kompetenter Partner. Das war es schon wieder von Arena TV für diese Woche. Jetzt ist wieder Daumendrücken angesagt. Unsere erste Kampfmannschaft gastiert morgen Samstag ab 16 Uhr bei Hartzberg. Am Sonntag sind dann die Amateure an der Reihe. Im Ländle-Darby geht es zu Hause gegen den FC Hartz. Spielbeginn in der Cashpoint Arena ist um 16 Uhr. In der kommenden Woche sehen Sie dann auch Bilder und zwar unserer ersten Kampfmannschaft bei der Sozialaktion in der Lebenshilfe. Gemeinsames Keksebacken stand auf dem Programm. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder reinschauen unter www.scra.at Ich würde mich freuen, wenn Sie wiederholen,